Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Heute sprechen wir ein wenig über die vergangene UFC Fight Night, aber auch über den Boxkampf von Felix Sturm, über KSW mit den Kämpfen von Abus Magomedov und Christian Eckerlin und natürlich auch über Glory. Lasst gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar mit eurer Meinung da, egal zu was, zur UFC, zu Glory, Bad Rahari, zu Abus Magomedov und Christian Eckerlin, wie auch immer. Wir freuen uns auf euer Feedback und dann würde ich sagen, legen wir auch gleich los mit der heutigen UFC Fight Night beziehungsweise mit der UFC Fight Night von heute Morgen. Denn im Main Event hatten wir Joff Niel gegen Steven Thompson und es war ja schon zu erwarten, wenn wir uns die letzten Gegner von Joff Niel anschauen, dass Wonderboy vermutlich zu gut sein wird im Stand und das war dann auch der Fall. Wonderboy mit einer wahnsinnig starken Performance und damit hat er sich natürlich noch einmal gezeigt und hat noch einmal gezeigt, dass er einer der besten Striker der gesamten UFC ist denn das ist Steven Thompson nun mal. Er hat sehr knappe Titelkämpfe gehabt, gegen einen Tyron Woodley teilweise in Unentschieden gekämpft und musste natürlich auch Niederlagen einstecken, wie zum Beispiel den Superman Punch von Anthony Pettis. Anthony Pettis ist ein gutes Stichwort, denn in den Prelims hat er gekämpft, er hat die Prelims quasi abgeschlossen und auch dort konnte er gewinnen. Das war nicht sein erster Kampf 2020, aber sein erster Sieg 2020. Anthony Pettis kämpfte unter anderem im Januar im McGregor Event. Dann hatten wir ebenfalls Jose Aldo. Das war ein so wahnsinnig wichtiger Sieg für Jose Aldo. Sein erster Sieg im Bantam-Gewicht mit einer auch sehr, sehr schönen Performance. Starke Legkicks, starke Bodyshots, das was wir vermisst haben, genau das hat Aldo hier wieder gezeigt und er konnte Cito Vera besiegen. Blöd gelaufen für Cito Vera, nachdem er sich durch seinen Sieg gegen Sean O'Malley einen kleinen Hype aufgebaut hat, aber die Leute haben Jose Aldo unterschätzt. Sehr, sehr schön, wie er gekämpft hat, auch wenn er in der zweiten Runde seine Probleme hatte. Nichtsdestotrotz hat er es geschafft, diesen Fight dann durch Decision zu gewinnen. Verjährende Niederlage für Greg Hardy. Er erlitt in der zweiten Runde ein TKO, beziehungsweise ein, ja, er hat zu wenig gemacht auf dem Boden, im Stand sah er nicht schlecht aus, Greg Hardy ist legitim, er ist ein legitimer Kämpfer in der UFC, im UFC Heavyweight, aber auf dem Boden hat er zu wenig gezeigt, dann gab es das Ground and Pound und dann war der Kampf vorbei. Ebenfalls blöde Niederlage für Marlon Morales, der gegen Rob Font verloren hat, ist nun seine zweite Niederlage in Folge. Wir wissen, wer Marlon Morales ist, der kämpfte gegen Henry Cejudo um den Gürtel. Er war ein wahnsinnig starker Kämpfer, er besiegte Jimmy Rivera, der, ich glaube, eine 20-Fight-Winning-Streak hatte. Bedeutet, Marlon Morales gehörte zu den Besten der Besten im Buntamweight und jetzt fragt man sich doch ein bisschen, wo es denn hingeht mit Marlon Morales. Schade, er hat sich auch anfangs einen guten Fight geliefert mit Henry Cejudo, hat dann aber danach verloren, weil Henry Cejudo einfach zu stark war und einen viel zu guten Fighter-AQ hatte. Ja, wie geht es weiter für Marlon Morales? Gute Frage. Ich denke, ein Sieg hätte ihn wieder in die Diskussion gebracht, dass man so langsam aber sicher wieder Richtung Titelkampf kommt, aber diese Niederlage hat ihn noch einmal mehr zurückgeworfen. Dann sprechen wir ein wenig über KSW. Wir hatten dort einen Kampf von Christian Eckerlin. Er konnte diesen Fight durch Split-Decision gewinnen. War ein guter Kampf, hat sich am Boden gut verteidigt und vor allem zum Ende hin kam sein Gegner mit Takedowns nicht mehr durch. Eckerlin sah auch im Stand sehr, sehr gut aus, hat also ein erfolgreiches Debüt bei KSW gegeben, was, denke ich mal, uns alle freuen wird. Dasselbe bei Abus Magomedov. Er hat den Kampf durch eine sehr starke, durch eine sehr schöne Submission gewonnen. Konnte den Kampf in der zweiten Runde beenden, in der zweiten Runde finishen und auch für Abus Magomedov war es damit sein erfolgreiches Debüt bei KSW. Wir hatten ebenfalls ein bisschen Boxen und zwar gab Felix Sturm sein Comeback. Fünf Jahre nach seinem letzten Boxkampf hat er wieder geboxt und was soll ich sagen, das war ein sehr eindeutiges Ding. Felix Sturm, ein wahnsinnig guter Boxer, trotz seinen 41 Jahren, die er mittlerweile hat, hat er sehr schön performt, sehr schön geboxt, hat den Kampf sehr eindeutig, wie gesagt, gewonnen und damit dürfen wir gespannt sein, was die Zukunft noch so bringen wird. Und dann kommen wir noch einmal zum Kickboxen, denn dort hatten wir ein Feuerwerk. Wir hatten Bad Rehari vs. Benny Adekbui und das war ein sehr, sehr schöner Kickboxkampf. Ein hin und her. In der zweiten Runde flog Adekbui zu Boden, in der dritten Runde flog Bad Rehari zu Boden und Bad Rehari wurde dann auch ausgezählt. Schade für Bad Rehari. Er hatte zuletzt auch eine derbe Niederlage gegen Rico Verhöfen einstecken müssen, eben wegen auch seiner Verletzung, die er dann erlitten hat. Und ja, auch bei Bad Rehari fragt man sich natürlich, wie geht es weiter, wo führt die Reise noch hin, wird er nochmal zurückkommen. Es war ein starker Kampf, ein explosiver Fight, ein schneller Fight. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht zuzuschauen. Nichtsdestotrotz denke ich, werden wir jetzt auf jeden Fall Rico Verhöfen vs. Benny Adekbui sehen und mal schauen, wie es dann für Bad Rehari weitergeht. Leider gibt es kein UFC-Event, wofür ich eine Preview geben könnte für nächste Woche. Wir haben nächste Woche die Weihnachtsfeiertage. Dementsprechend wünsche ich allen schon mal fröhliche Feiertage, fröhliche Weihnachten natürlich auch. Und das nächste UFC-Event gibt es dann erst wieder am 16. Januar. Die UFC startet in das Jahr mit Max Holloway vs. Calvin Cater. Aber ich denke, wir sollten dann, wenn es soweit ist, darüber sprechen und nicht knapp einen Monat vorher. Sonst haben alle ja schon meine Prognose bis dahin vergessen. Nichtsdestotrotz freue ich mich das erste Mal seit Juli, dass wir kein UFC-Event gesehen haben an einem Wochenende. Beziehungsweise, ja, jetzt kommt die Zeit, dass wir seit Juli mal kein UFC-Event sehen werden. Blöd, aber natürlich gibt es auch trotzdem MMA-Veranstaltungen. Ich meine, ich habe gelesen, dass in Russland, ich glaube, vier Promotions an Heiligabend ein Event veranstalten. Was natürlich krass ist. Ich denke, auch in Japan gibt es bestimmt wieder eine Silvester-Fightcard. Ich weiß nicht, ob Ryzen veranstaltet oder nicht. Das heißt, Hardcore-MMA-Fans kommen auch an den Feiertagen auf ihre Kosten. Denn hier und da werden auf jeden Fall Events veranstaltet, da es in manchen Ländern auch eine gewisse Tradition hat. Und damit war es das auch schon mit dieser Episode. Habt ihr die UFC-Fightnight gesehen? Habt ihr Felix Sturm gesehen? KSW, Glory, was habt ihr gesehen? Und wozu wollt ihr eure Meinung abgeben? Schreibt es unten rein. Gerne auch eine Bewertung bei iTunes und ein Follower bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.